Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2, yeah! So, wir haben, glaube ich, drei Sterne. Wir sind natürlich immer noch in Welt Nummer 1. Hier haben wir zwei Sterne und hier machen wir weiter mit Stern-Yoshi-Galaxie. Ich hoffe, es klappt alles mit der Aufnahme. Denn ich habe gerade so meine Bedenken. Irgendwie flackert das Bild so. Bei mir auf dem Laptop. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so zu sehen. Mal schauen. Okay, wieder Yoshi natürlich. Ich denke, der ist da in der Galaxie. So viele Stachis. Hä, waren wir hier nicht schon? Ich habe doch den zweiten Stern... Achso, okay, jetzt sind... Genau, das habe ich ja schon im ersten Part gesagt. Oder im zweiten... Äh, dass man öfters in die... Welten, in die Galaxie nochmal reinkommt. Nur, dann sind sie mich ein bisschen verändert. Auch durchdrehen gelangst du auf Yoshis Rücken. Du brauchst also nicht einmal zu springen. Durchdrehen? Durchdrehen? Wie durchdrehen? Egal! So, also hier waren wir schon. Sieht das ein bisschen anders aus. Sind ein paar mehr Gegner. Wo muss ich denn hin? Ah, okay. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss die einsaugen. Und damit dann die Dichter schießen. Da hinten ist ein Teleporter. Da wollen wir natürlich rein. Kometmünze habe ich hier in der Galaxie schon. Also das wird hier kein Problem sein. Jetzt habe ich gerade nicht aufs Bild geachtet. Nur Goombas, okay. Dumm. Ah, das wird... Nee. Das wird überhaupt nichts hier. Oh Gott. Komm, Yoshi. Wenigens nicht will ich behalten. Oh, das war wieder knapp. So, dann brauche ich jetzt hier... ...ne Münze. Jetzt werde ich hier abgeworfen. Ah, da ist eine Münze. Die hole ich mir schnell. Da ist noch ein Schild. Geh weg von mir. Was wird so... Da muss ich... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dumm. Wo ist wieder? Nein, nein. Yes. Da ist ein Schild. Was wird das von mir? Hallo? Ähm, du kannst die Kamera... Oh, ja. Komm. Das ist jetzt hier so unnötig. Ich habe mir erst die Münze. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich hasse es nämlich. Dumm. Okay, ich hasse es nämlich, wenn ich nicht volle Energie habe. Das wird aber sehr oft vorkommen. Ich muss da auf jeden Fall hoch. Hier entlang bestimmt. Hallo? Selbst Yoshi kann diese dachlige Pieksdinger einsaugen, oder was? Ich habe wieder zu schnell weggeklickt, aber das ist ja immer das Gleiche. Äh, da oben ist nichts mehr. Och, ich gehe jetzt einfach weiter. So, jetzt schnuppe. Oh, fuck. Was war denn da noch drin? Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet? Egal. Da war, glaube ich, nur ein Leben drin. Äh, ich gehe einfach weiter. Ach so. Der schickt mir die Dinger. Nee, nee, nee. Den brauche ich doch. Kommt er nochmal zum Stachy? Ah. Schick mal rüber. Boom. Alles mitnehmen. Hallo? Ich kann nicht zielen. So, geht doch mal auf den Weg, bitte. Okay. Scheiß jetzt auf. Ach so, okay. Ich habe gerade überlegt, wie komme ich denn da hin? So geht es weiter. Was war denn? Okay. Daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Was ist denn das für ein Planet? Da ist ein Leben. Öh, wo bin ich denn hier? Ich habe das Spiel ja schon durchgespielt, aber... Daran konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Wie komme ich denn da weiter? Ah, das ist so eine beschissene Anziehungskraft. Da ist auf jeden Fall ein Leben. Wo ist denn das? War das hier? Nee. Egal, ich gehe weiter. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, da war es cool. Ich wollte gerade sagen, die Leben sind mir eigentlich nicht so wichtig. Aber wenn da schon welche sind, möchte ich da schon hin. So, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Ich muss ja immer nur auf die Kometenmünze achten. Aber da ich die ja schon habe... Das ist immer so eine Befreiung. Wenn ich die Kometenmünze schon habe, dann muss ich nicht mehr irgendwie drauf achten, was... Nee, nee, nee. Was ich unbedingt einsammeln muss für die 100%. Ach so, ich muss erst das Ding... So. Kann der so? Ja, das geht. Das war dumm. Geht's noch? Nein. Ja, ich brauche... An manchen Stellen brauche ich irgendwie... Immer länger. Aber das liegt an meiner Konzentration. Nebenbei zu sprechen und... Dann auch gut zu spielen. Das klappt bei mir nicht so immer. Oh, das sieht nach einem Endpass aus. Och, nee, den habe ich gehasst. Auch wenn der nicht so schwer ist. Ich komme da nicht mal hoch. Oh, ja. Komm her. Ich hasse den. Der macht nämlich nie das, wo ich will. Und ihr habt es ja eben schon gesehen, mit den Stachis zu schießen. Da schieße ich meistens daneben. Da kommt mein saarländischer Dialekt wieder raus. Äh, ja. So, jetzt. Ah, das war fast. Jetzt aber. Ja, das meine ich. Der weicht dann auf einmal aus. Geh in die richtige Richtung. So, jetzt. Jetzt Konzentration. So. Bisschen erstmal warten. So, jetzt kommt das Behindertste. Oh, alle Sternteile für mich. Denn jetzt gibt er hier Gas und ich laufe automatisch immer rein. Egal, wie sicher ich bin. Ja. Ich laufe da immer rein. Jedes verficktes Mal. So. Aber einmal hab ich ihn ja schon. Und, und. Bam. Ich muss ihn aber noch öfters treffen. Ich glaub drei oder vier Mal. Jetzt ist es wieder schneller. Oh, ich will hier nicht gerne rübergehen bei dem. So, ich werde wieder getroffen. Okay, er schießt erstmal. Hallo. Hallo. Nein, nein, nein. Oh, ich wurde nicht getroffen. Unglaublich. Ah, fuck. Das sind jetzt keine Münzen mehr. Doch, das. Zwei. Hilfe. Wow. Komm, 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 komm. Ja, komm schon. Wollt ihr mich verarschen? Toll, jetzt muss ich Yoshi einsammeln. Nicht drunter springen. Nee, 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 nee. Okay. Kommt er wieder. Okay. Nein, nein. Oh, ich brauch so lange bei dem. Ich hasse den Gegner. Extrem. Yes. Yes. Ich dachte, er kommt noch öfter zurück, aber ich hab mich jetzt hier schon dämlich angestellt. Da bin ich zufrieden, dass das hier geklappt hat, ohne zu sterben. Der nächste Stern. Yeah. Nummer vier. Und 120 Powersternen. Ich freu mich auf die Grünsterne. Die sind nämlich so behindert. Aber manche Level oder manche Galaxien, auch hier die normale Powersterne, da hab ich auch meine Probleme gehabt. Das wird auch noch ein Spaß. Sieben Minuten, vierundvierzig in der Galaxie. Eieiei. Das könnte man, glaub ich, in drei, vier Minuten machen. So, dann gehen wir schnell in die nächste. Drei Sterne brauche ich da, um weiterzukommen. Da hab ich eigentlich nie Probleme. Also wenn ich immer alle einsammle, wo ich schon gehe, da komm ich auch schon weiter. Ich mach nämlich immer zuerst die ersten, bevor ich jetzt hier zu den nächsten gehe. Ich möchte das hier nach der Reihenfolge machen. Oh, das hat gerade gereicht. Da hab ich alle. Da auch. Ja, jetzt braucht man nämlich hier 300 Sternteile, um den an Bord nehmen zu können. Oh, ich wusste jetzt gar nicht, ob ich weiterkomme. Oh, doch, ich hätte schon weitergehen können. Oh, ein Goumé-Goumé-Goumé, nicht Goumé-Goumé, ist an Bord. Du sollst ihn besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt. Jo, wir haben 300 Sternteile. Hey, du Kumpel hast du ein paar Sternteile für mich. Ja, komm, das brauche ich jetzt nicht vorlesen. So, Bäm, frisst du oder stirb. Nur 300, nicht mehr. Waren das jetzt 300? Oh, wunderbar, ich bin zu voll. Na gut, dann wollen wir mal. Ver-Wa-nt-loo-ung. Oder Ver-Wan-del-ung. Geiler Dialekt. Können wir da auch hin Oh, die gefällt mir Die mach ich jetzt zuerst Ich wollte zwar nach der Reihenfolge Aber Die werden ja eigentlich nicht angezeigt Irgendwie Da ist ein Fragezeichen Ist da noch kein Stern? Ich weiß nicht Achso, nein, weil es neu ist Achso, kann ich noch nicht Dann gehen wir hier jetzt rein Schüttel-Klapp-Galaxie Die habe ich immer geliebt Diese Galaxien, wo man zu schütteln muss Das sind auf jeden Fall coole Level dabei Gut geschüttelt klappt das Scharnier Aber da muss ich mich auch auf jeden Fall konzentrieren Sonst lande ich im Abgrund Wobei hier das Level ist noch Relativ leicht Das wird uns nicht so Probleme machen Da ist ein Hase Spring hoch, dreh dich Ja, genau so So, dann schauen wir mal Ich überspringe ein paar, weil ich es kann Ich bin ja Profi in dem Spiel Naja, eigentlich nicht Da Da schüttelt man Hallo, ich treff nicht Da schüttelt man manchmal außersehen Obwohl man gar nicht will Und schon landet man im Abgrund Deshalb muss ich mich hier auf jeden Fall konzentrieren Das wollen wir natürlich So leicht wie Wie die es uns machen Nehmen wir uns das mit Yeah Skill Bäm, so macht man das Nicht hier auf jedes Auf jedes Ding springen Was will der Goomba da? Der ist vereist Scheiß jetzt auf die Oh, die machen es mir schwerer So Hinten abkommt mit ihr Bäm Klappt doch, würde ich mal sagen Ah, ich liebe das Schüttelding Was, ich habe geschüttelt Ähm, blau Und dann gehen wir aufs Rote Nochmal blau Ah, da ist die Kometen Und so, sehr schön Wo kommt der denn raus? Oh, oh Wo kommt der raus? Ah, da Rot Ich dachte, der kommt beim Blauen raus So Kometenmünzer eingesammelt Sehr schön Bäm Können wir so machen Ich will es jetzt auch nicht übertreiben Könnt ihr jetzt skillmäßig? Bäm Das war skill, würde ich mal sagen Oh, wie mache ich das denn jetzt hier? Lieber so, lieber so, lieber so Zum Stern Bäm Wunder, wunderschön Hat doch wunderbar geklappt Wieder zwei Sterne in dem Part Und ich hoffe, jetzt haben sich den Part mehr Leute angeschaut Denn ich war Im zweiten Part mit den Aufrufen, muss ich sagen, nicht zufrieden Da geht auf jeden Fall mehr Der erste Part natürlich Da waren, äh Haben viele zugeschaut Ich hoffe, das wird noch beim zweiten Part Und bei den weiteren Egal, so, hier haben wir den nächsten Stern Nummer 5 also Was wird der von uns? Du hast deinen Sternhasen mitgebracht? Wie schön, hast du je etwas Süßeres gesehen? Siehst du ich auch nicht? Hahaha Der lacht gerne Es gibt eben im ganzen Universum nichts Knuddeligeres Ganz schweres Wort Ganz sicher Ich kann mich auch irren, aber es sieht fast so aus Als hätte dieses kleine Ding etwas auf dem Herzen Spiel wurde gespeichert Oh, den Würfel holen wir natürlich mit Toll, Sternteil Eins Da liegen mehr hier Äh, was wird denn von uns? Irgendwas mit Schüttel Schüttel die Oh, das brauche ich doch nicht Kollegen Egal, das ist so unnötig hier, die Hilfen So, ähm Im nächsten Part geht es dann also weiter Ich schaue kurz nochmal Sternenliste Sieht doch schon mal besser aus Fünf Sterne, alle Kometenmünzen, yeah Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß im nächsten Part Macht's gut und ciao, ciao